absolute klarheit also wenn ich nicht weiß wohin ich will dann kann ich auch nicht ins handeln kommen das heißt ich muss klar sein im kopf dann kann ich ins handeln kommen und damit ich handeln kann brauche ich natürlich auch lebensenergie ja das heißt ich muss schauen dass sie diese diese drei gegebenheiten da sind wenn ich meine ziele erreichen will ansonsten wird es nicht ja also klarheit handeln lebensenergie